Eine ca. 1675 Quadratmeter große Bürofläche steht hier zum Verkauf. Sie befindet sich in Dortmund. Verfügbar ist das Objekt ab sofort. Das Haus wurde 1972 erbaut. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne den Kaufpreis dieser Immobilie mit. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017